Yo Leute, braucht ihr noch günstige FIFA-Coins? Dann checkt auf jeden Fall jetzt mal die Beschreibung ab, da ist mein Sponsor verlinkt. IG wollt die günstigsten Coins mit dem Code WAKESTEAMOFTHESEASON. Kriegt ihr auch nochmal ordentlich Rabatt, gönnt euch Leute. Easy Coins in der Beschreibung. Yo, was geht ab Leute? WAKES wieder am Start und willkommen zu einem weiteren Pack-Opening auf meinem Kanal, Leute. Wir haben es ja 10 vor 7, das heißt in 10 Minuten kommt das Serie A Team of the Season raus. Aber jetzt gibt es erstmal für 10 Minuten beide, und zwar das Team of the Season der Liga BBVA und das Team of the Season der Serie A zu ziehen. Und jetzt will ich mal ganz gechillt wieder Pack-Lack auspacken. Und Leute, falls ihr günstige FIFA-Coins braucht, checkt auf jeden Fall mal die Beschreibung ab. Ich habe gehört, 5000 Likes, mal wieder easy. Und ich ziehe die ersten Packs mit dem Code WAKESTEAMOFTHESEASON, nochmal easy Rabatt auf jeden Kauf. Und das war jetzt nicht so Bombe, das Pack. Aber ich glaube, ihr kennt mittlerweile alle meinen Pack-Lack. Mal gucken, was noch gleich für Special-Packs rauskommt um 19 Uhr. Und warte mal. Nein, oder? Ey, es ist jetzt 51. Ich habe Miranda gezogen und er ist noch nicht im TOTS. What the fuck? Hat EA das gefixt, dass man 10 Minuten vor dem neuen Team of the Season die Serie A Spieler schon ziehen kann? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Costa ist okay. Tue ich auf die Transferliste. Aber wieso war Miranda gerade nicht TOTS, Alter? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache mir jetzt Musik an für die gute Laune, Alter. Auf Nikes. Zack. Musik an. Hallo. Oh! Und da ist unser erster fucking Team of the Season aus der Liga. Oh mein Gott, Leute, das checke ich jetzt erst, Alter. Liga und die Serie A ist gleichzeitig in den Packs. Wisst ihr, was das heißt, Leute? Ibrahimovic, Di Maria, Pogba und viele weitere sind gleichzeitig in den Packs drin. Jetzt ziehen wir erst mal Check. Nein, nein, nein. Kein Pack mehr mit diesem Account. Ich wechsle jetzt auf meinen Pack-Lack-Account, Leute. Oh mein Gott. Der war vor ein paar Minuten noch Team of the Season. Wow. Okay, es geht auf meinen Pack-Lack-Account, Leute. Kein Respekt, dieser Account hier. Auf den Pack-Lack-Account angekommen, Leute. Mal gucken, ob es direkt so weitergeht, wie es aufgehört hatte. Lukaku. Okay, im ersten Pack leider nicht. Aber das kann ja nur besser werden. Und es kommt, Leute. Es kommt, dass Afro-Anson gibt. Oh mein Gott. Afro-Pack. Nein, Golan, Leute. Oh mein Gott. Es hat mal wieder geklappt. Und was bist du wert. Meine Transferliste ist leider voll. Aber wir haben fucking Team of the Season Afro-Nein-Golan-Pack gezogen. What the fuck, Leute. Daumen hoch für dieses Afro-Pack. Es klappt einfach immer wieder. Und ich habe den Afro immer noch drauf, Leute. Das letzte 25.000er-Pack. Oh mein Gott. Pack-Lack ist wieder am Start. Nein, Golan, Mann. Nein, Golan. Die Perücke kann ab. Oh mein Gott. Ich schreibe gerade mit dem Handy. Und ziehe ein fucking Team of the Season. Oh mein Goonies. Und da. Oh. Nein. Nein. Ich schwöre, das ist das allerbeste. 15.000er-Pack, Leute. Hier. Erstbesitzer. 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 Links, links, rechts, rechts. Aller. Das ist das beste 15.000er-Pack auf dem ganzen Planeten, Alter. Nein. Kein Spaß. Teilt das Video mit der ganzen Welt. Sagt mir irgendjemand, der ein besseres Pack gezogen hat. In einem 15.000er-Pack, Leute. Leute, hört ihr das auch? I've been watching you and I, I think of you. I want to be your lady. Ey. Brr. 15.000er-Pack, Miranda, Alexandro und Corcia. Team of the Season, Mann. Das ist ein fucking 15.000er-Pack. Ich kann es nicht glauben, Mann. Ich kann es einfach nicht glauben, Leute. Und Leute, auf welchem Account war das natürlich? Auf meinem Pack-Lack-Account. War das das beste 15.000er-Pack in der FIFA-History? Oder was war das eben? Matuidi. Ich bin durch, Leute. Ich bin einfach durch. Ich kann nur sagen, Leute. Ich toppe meine Pack-Openings immer wieder in dem Verein. Und ich denke, das war einfach mal wieder mein bestes Pack-Opening, was ich jemals auf YouTube hochladen werde. Ein Pack nach Matuidi. Ich bin raus, Leute. Pianic, 91, Leute. Ich glaube, ich beende hier das Pack-Opening. Habt ihr mehr Bock auf Pack-Opening? Habt ihr mehr Bock auf diesen Pack-Lack-Account? Dann lasst einen Daumen hoch, Alter. 10.000 Likes, dann kommt direkt das nächste Pack-Opening. Also 10.000 Likes und dann kommt direkt das nächste Pack-Opening. Günstige FIFA-Coins in der Beschreibung verlinkt. Leute, mit dem Code WAXTEAMOFDECISION. Kriegt ihr nochmal unnummern Rabatt. Und dann kriegt ihr auch so einen Pack-Lack wie ich. Und dann werde ich noch sagen, folgt mir auf Instagram. Ich bin raus. Ich kann nicht mehr. Peace.